Wir haben diese Woche trotz diesem wichtigen Sieg am Wochenende nicht die Zeit gehabt, irgendwie so abzuschalten und zu genießen und zu sagen, jetzt tolles Spiel. Wir haben gewonnen, weil wir wissen auch, dass wir am Samstag auch sehr schwere Spiele haben. Und deswegen ist die Konzentration nach wie vor geblieben. Und das war auch wichtig für mich. Und die Jungs haben gut trainiert diese Woche. Und ich hoffe, dass wir jetzt am Samstag auch in Bielefeld anknüpfen können an diese Leistung von Wochenende gegen Osnabrück.